na ähm Siegfried jetzt wollte ich dir da auch mal was zu sagen ja du riechst dich da über auf über da über eure komischen Nachbarn ja solche Leute würde ich mit dem Arsch nicht an kicken die Finger würde ich mir an solchen Müll auch nicht dreckig machen ignorier da diese Gesinne das hast du da ja nicht nötig ja das hast du ja nicht nötig du siehst ja als hier äh euer Badia als der hier den Tag da war ja Badia ist ja Orthopäde ja und zeitgleich euer Freund stellt er da das Auto ab ist auch gleich einer aus der Nachbarschaft der den angeschissen hat der hat den da hat der da im Zettel hat der da am Auto gehabt das waren doch auch eure Nachbarn garantiert bin ich überzeugt von Siegfried ja aber ich guck so ein Pöbel nicht an oh wei oh wei oh wei da bin ich viel zu stolz dafür haha nee